So, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Conan Exils an einem schönen Freitag, den dritten, zweiten. Anu, schön, dass du dabei bist. Moin. Danke, dass ich mitspielen darf. Genau, und gerne suchen wir natürlich immer noch Mitglieder. Hier, guck mal, guck mal, der Affe. Da fängt er schon an, hier, der Gude. Ja, wir sind gerade dabei. Du lenkst gerade ab, war ich denn das mit dem? Ja, wir erweitern quasi meine Basis nach den tollen, tänzlichen Einlagen hier. Wir haben vor, noch einen großen Pferd zu bauen, haben vor, weiter mit Stahlbarren, ob ich da gesagt habe, Eisen-Stahl-Verstärkung zu arbeiten, noch ein paar Raubzüge zu machen und natürlich ein paar Tiere zu hochzuleveln. Vor allem, wir brauchen wieder Sklaven, die uns hinterherrennen, wenn wir in die Mine gehen wollen. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken. So, ähm, du hast gerade gesagt, du bräuchtest noch Stahlverstärkung. Die werde ich mal da reinhauen, denn wir hatten schon letztes Mal ziemlich viele, äh, gemacht. Oder produzieren lassen. Wir haben nämlich jetzt hier 140 Stück. Und wie viel brauchst du? Äh, gleich so drei, äh, 18 oder so. 18. Ähm, und, umschalten, ziehen. 18 Stück, jawohl. Warte mal, wir haben das Holz rein. Stimmt. So, ich komme. Der Pferd steht. Was hältst du davon? Der Pferd steht. Der Pferd, ja. Und ich habe den Oxen ja wieder schon einmal runtergerannt, mich. Äh, halt hier deine... Ein paar Wände machen. Äh, die müssen nach außen. Ich schmeiße gerade die Eisenverstärkung mal hier auf vor der Brotte. Ja, ne? Schön. So. Zeige ich dir mal, was ich hier schönes bauen werde. Ach ja. Meister ist immer gespannt, was der Landing macht. Wo habe ich das gesehen? Moment, 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 Moment. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ach, scheiße, das geht nicht. Ich wollte da außen vor die Tür dahin gehen und setzen. Hol das Büch raus. So, genau. Ähm. Du hattest vorhin gesagt, wir brauchen irgendwie noch eine Erweiterung. Ne, die haben wir gerade geholt, ne? Die Erweiterung. Welche Erweiterung? Die, ja, die Baufläche haben wir gerade gemacht. Genau, genau. Alles richtig. So. Halt. Z. So, wir brauchen da. Zwirn brauchen wir da viele, hm? Zwirn, zwirn, zwirn. Okay, wir haben auch gleich wieder machen. Ja, also wie gesagt, wir haben heute einiges vor. Aber, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir auch so viel Zeit, Zeit überhaupt haben, ne? Aber ich glaube, Tiere, die brauchen wir sowieso. Ähm, ich gehe mal kurz gucken, wie weit der mit dem Zwirn da ist, weil ich bin da der eine, habe ich schon länger beauftragt, dass der hier produzieren soll. Ah. So. 1.700 Produzierter. Ach, was haben wir denn hier? Hier für den Stein. Wir haben schon einiges erforscht. Sag mal, da hast du aber einiges herausgebracht, ne? Hier, was der... an Kopfschmuck, äh, Werkzeug, oder verbesserte... beim Rüstungsmacher, hier. Aber das, was du siehst, ist entweder von dem Leibeigenen oder von dem, was du geforscht hast. Ja, genau. Ich habe so eine Rezept-Kopfschmuck der Dekro-Tänzerin, alles klar. Ähm, aber wir haben ja, da wir zwei Pferde endlich haben... Äh, was frage ich mir? Sind das zwei mittlere Schlachtrösser oder... ...zwei normale? Mal 5... 75 Leder. Ich glaube, Leder dürfen wir unten haben. Ach, nö. Brauchen wir jetzt verstärktes Leder, normales Leder. Oder hast du dir schon einen Sattel gebaut? Ich habe noch keinen Sattel. Verstärktes Leder, einmal 72 und 75. Ja. 132. Sehe ich das richtig? So, das für beide kann man dann quasi... Also leichtes und normales Schlachtrösser. So, dann brauchen wir Eisenbar und Stahlbar. Ach, machen wir jeweils 50 hin, dann dürfte das auch schon passen. So. Ja. 50. Während... Während wir noch ein bisschen gewartet haben, bis wir loslegen dürften mit... ... 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 Ah, genau. Hab ich vorher noch das LS2... ... ... ... ... Beleron-Video geschnitten in dem Streamchen, was wir hatten. Oh, Stahlbachen fehlen noch 18. Es sind 19 Folgen geworden aus dem Stream. Also wie gesagt, das sind quasi nur so kleine Wiederholungen. Wir kommen jeweils immer ab Donnerstag zwei Folgen raus und dann immer am zweiten Tag. Und wenn es halt mal was Aktuelles sein soll, dann werdet ihr dann schon merken, dass da noch ein Datum eingefügt worden ist. So, 20 Stahlbachen, 20 Eisen. Weil ich wieder vergessen habe, dass ich viel Stahlbachen holen muss. Aber ja. So, ähm. Ja. Also, ein Sattel wird gerade gebaut. Ich brauche nochmal Zwirn. Ah. Und normales Leder. Ja. Äh. So. Das dürfte dann erst auch noch. So. Hast du schon bei den Pferden, ähm, noch, äh, was reingemacht an... Nein. Okay, weil ich denke, dann Pferde bräuchten wir dann auch nochmal. Was haben sie noch? Pferden hattest du auch nichts gesagt. Nö, ne, ist okay. Aber. Gott, der hat noch 1.000. Der eine hat noch genug. Mal die Sensor holen. Kann ich mal den ganzen Getränzer mal abschmeißen. Jo, wie gesagt, ihr habt ja schon gesehen, der eine oder andere hat ja schon sein eigenes Zimmerchen. mal die Stahlsichel mal mitnehmen. Oh, hast du überall schon ein bisschen hast du überall schon ein bisschen die Stahltüren verstärkt, das ist gut. Ja, es fehlen aber noch welche, habe ich gerade festgestellt. Okay. Ja, der, der Haupteingang vor allem. Ich habe es schon wieder Bienen, Arbeitsbienen. Habe ich da reingepackt. Ah, auch? Okay. Ich bin das in dem einen Bienenstock nur ist. Okay, warte mal. Epp. Ja, cool. Gestern waren 70 drin und ich habe trotzdem jetzt wieder mehr. Geil. Egal. Na gut, dann geht das nicht. Halt, bei dir wollte ich nicht hin. Weil die die Pferde produzieren Mist nicht. Mist wäre wieder gut für den Dünger, oder? Oder irre ich mich? Die produzieren das nur so lange die in dem Stall sind. Das machen die anderen Tiere aber auch. wenn die Tiere fähig sind. Okay. Hast du den einen Fers schon voll gemacht mit Tieren, oder? Weil ich wollte nämlich dann machen. Nö, kannst du machen. Alles klar, dann würde ich sagen, mach mal. ein basteln. Dann hole ich nochmal Futter. Geh nochmal mit der Sichel unterwegs, dass wir genug Pflanzenfaser haben. Da würde ich nämlich gerne zwei Schiefer rücken einfach mal. Ähm. Ach. Meine Freundin guckt auch gerade zu. Deswegen sage ich, schau dich doch da zu. Das wird spaßig. Das Spiel ist Conan. Das ist das, was ich gestern eigentlich mit Manu zocken wollte. Wo ich jetzt bin? Ja, mit Manu. Das tue ich gerade mit Manu, ja. Deswegen. Keine Angst. Die Kamera ist aus. Also sieht keiner, wenn sie dich ein bisschen schlägt oder so. Nein, sie sieht mich nicht, dass sie mich schlägt. Obwohl, ist nichts Neues. Ja, ja. Ist nicht ein bisschen. Ja, hallo, jetzt will sie mich schon an. So, wie jetzt betatscht mich mal nicht da in einem Bildschirm da jetzt. So, 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 so. Wie John Borat das sagen wird. Ja, aber haben sie was berühren sie mich so unsiedlich hier. So. Jetzt bin ich zwar überlastet, aber jetzt komme ich einfach mal zu dir. Bug mich. Da haben wir da oben. Was ist das, ne? Ey, wieso kann ich da jetzt nichts bauen? Na? Nein! Wieso funktioniert das? 1, 2, 3, 1. 3, 4, das muss doch passen. Was denn? Ich kann nichts zu Ende bauen. Ach, da oben. Ich krieg die Mitte nicht zu. Oh. Oh, ein bisschen. Hör, mach doch einen Schornstein. So ähnlich wie so einen Schornstein. Da kannst du ja draufschmeißen. Oder bau doch einfach nach. Äh, wie heißt das? Nur Säule bis da hoch. Den haben wir gerade mit. Hier oben kann ich auch nichts tun. Ich kann das nicht zumachen. Ach, ist ja ein Mist. Egal, dann bleibt das halt so. Äh, hier ist meine Treppe. Die Treppe lasse ich erstmal, die noch draufs Dach führt. Dann kann ich mir hier noch was für das Einfall lassen. So, Mann, fischi, 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 öli, öli. Äh, Knochen in der Pressmaschine. Das wird doch gar nichts hier. So, Mähle. Hm. Sieht natürlich auch interessant aus. Ja, bin mal gespannt. Baumeister geht, kontrolliere. Oh, kann man lassen. Weißt doch, alles, was man nicht gebrauchen kann, schmeiß mal runter. So, was wollte ich jetzt? Achso, das Lager. Was habe ich drin? Ja, dem Reichen. Der produziert ja gar nichts. Wieso produzierst du nichts? So, kurz in die Ego-Perspektive. Oh, wir sollten noch mal nach Leder Ausschau halten. So, habe ich Eisen dabei. Hm. Okay. Weißt du, wo wir Öl gelagert haben? Nö. Sind wir überhaupt viel Öl? Nö, ne 300 noch irgendwas. Die habe ich gerade hier dabei. Ich glaube, ich hätte noch 5, 6 in der Presse sind noch. Und da sind noch 15, 25. Ich mache die mal bei den Schattenkreisen. Also knapp. 42 Öl sind in der Presse, wenn die fertig ist. Okay. Warte, wir müssen unbedingt auch wieder Leder holen. Oder vielleicht sagt Tierhaut. Tierhaut kriegst du, wenn du die Axt benutzt. Tierhaut kriegst du mit dem Enteutungsmesser. Ah, das ist klar. Ah, das ist klar. Gehärtete Ziegel. Was brauche ich denn eigentlich? Gehärtete Ziegel. Wunderbar. Das sind meine. Ich hole gerade noch mal hier getrocknetes Holz. Das sind viele Bräuche gar nicht. Aus, was klein macht. Das ist unser Zellerman ist hier. Das war jetzt noch schon. Hast du schon was gelacht? Hm. Äh, Heutungsmesser, dann hole ich das mal. Habe das Falsches gemacht. Schild und Schwert. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das. Das. So. So. Ah, es wird gerade Nacht, ne? Ne, mach mal. Fast nur das Zell. Ah, mach nicht. Gut, dann. Ähm, was haben wir denn hier nicht drüber? Zeckel, geil. Ah, verstärkte Tierhaut ist ja hier. Okay. Interessant, ja. Ich will hier ein bisschen experimentieren. Ich weiß nicht, was das ist. Jupp. Du sagst mal, wenn hier, ähm. Oh, Reiseabschnitt. Geil. Das sieht ja geil aus. Hm. Ich glaube, ich baue mein Zimmer um, wenn wir. Wenn wir einiges geschafft haben. Ich habe was gesehen. Oh, hier ist ein... Ja, ich wollte schon weiß, dass es weißer ist. Auf ist keine Zunge. Und jetzt ist Nacht. Hä? Gibt es keine Doppeltüren? Ne, ne? Ne, leider nicht. So, wissen, überleben, bauen, ach ne, bauen. Ach, Dachdecker, Zaun, Stützen, Pavisaden. Vorwächter. Da gibt es verschiedene Tore noch. Können wir noch machen. Und das? Die Lagerungskessel brauchen wir nicht. So. Sag ich mal dann, wenn du wieder mitgezogen wirst, ne? Oh, wie groß ist denn der? Mal kurz gucken. Das könnte aber passen. Das ist ein Stein. Gibt es auch? Ach, der ist ein Stein. Ne, ist ein Stein. Fehlendes Fundament unter dem Tor. Ach, fuck, da muss ich das Fundament erst bauen. Das wäre so schön gewesen. Ich weiß, wie viele Fundamente brauche ich denn dann für Schicks. Wo ich aber hier vorne wieder alles kaputt machen. Das will ich ja jetzt nicht gar nicht. So. Wieso gibt es das in Steigen nicht? Das wäre doch geil. Oh, da ist noch eins. Sehr schön. Was brauchst du? Ich mag gerade Tierhaut. Für Teer oder was? Nö, aber Reserve für das Lager hin. Da bin ich gerade dabei. Für den Komposter schmeiß ich gerade noch, ähm, jede Menge Fleisch noch rein. Deswegen, also hat man gedacht, dass der mal voll ist mit seinem Fleisch, Fleisch-Klubus. Kann ich mir noch ins Rennen machen. Äh, so. Genau, Tierhaut. Was wolltest du jetzt noch, wenn ich noch bauen? Ich habe da so ein paar schöne Sachen gefunden, aber... Ich glaube, dazu reichen meine Rohstoffe nicht. Kann ich mir da mal sagen, ähm, wie fern. Warte mal. Kann man noch gucken, wie geht der Eistellung? Gehärtete Ziegel, geformtes Holz und Stahlverstärkung. Die sieht ja auch nice aus. Kann ich die da... Könnte ich sogar da dran machen. Geil. Isoliertes Holz- und Eisenverstärkung. Okay. Haben wir Glück gehabt gerade. Mit der Aufnahme. Dass die Aufnahme funktioniert. Ja, ich habe gerade gedacht, ich hätte irgendwas mit, äh, 1080p oder so. Mein Zug, was ist mit dir? Zack. Geformtes Holz, so, das nehmen wir mal mit. 400, 1. Scheiße, Eisenverstärkung hat der hier gar nicht. Das ist ja doof. Schon ist mal überlastet. So, isoliertes Holz. Verdammt. Isoliertes Holz, brauchen wir trockenes und Harz. Trocknetes haben wir, Harz. Äh, okay. Ah, dann kann man auch noch 50. Gott. Jetzt bin ich leer wieder überlastet. Ja, aber denkt dran, ne? Wenn die Steine einmal weg sind, irgendwann müssen wir die Basis überarbeiten, ne? Weil statt Ziegel irgendwann ein besseres Zeug stand dran. Ob nicht, dass du die hier überarbeiten willst. Ich denke, weil du baust hier irgendwo anders neu, oder? Oh, weiß man. Kommt drauf an, als wenn wir alles haben. Oh, und der eine ist schon leer, aber zu Schluss mit dir. Was hat der? Stahlfeuer? Ach, jetzt habe ich keine Eisenverstärkung. Oh, äh, ich bin noch doof. Guck, die modernen Türen haben wir doch schon mal in den Eingängen. Hm, hast du irgendwo noch, ähm... Warte mal. Okay, und er macht dann die Eisenbach... Ach, ja, jetzt... Hast du voll wieder verrafft, stimmt. Drei. Ja, jetzt habe ich es wieder. Ich habe es total vergessen. Wir haben doch hier diese zwei Türme hier, ne? Diese zwei großen Schornsteine. Der recht ist noch mit Eisenbachen. Genau. Ähm, und der linke macht doch Eisen zu Stahlbachen mit dem Stahlfeuer quasi, ne? Genau. Das habe ich auch schon wieder voll vergessen, ey. Halt, ich wollte mich jetzt erst mal... Einen zweiten Dings haben wir nicht, ne? Dings? Äh... Werkbank des Schmiedes. Ähm... Nein, leider nicht, aber das kannst du... Haben wir noch einen zweiten Schmied? Ja, in der Sklavenkiste. Gott, das hört sich so bekackt, ne? Sklavenkiste. 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 Schmied 1, Gerber 3, Alchemist. Verbannter, Rüstungsmacher, Tänzer, Schmied. Also, es heißt nur Schmied 1. Okay, warte mal, hasse. Was haben wir in unserem Schmied stehen? Schmied 3. Äh, wenn nächstes, der ist gut. Äh, warte mal, du hast hier einen... ...einen Schmelzer ist das, okay. Vielleicht sollte man da noch... ...ja, mal einen holen. Schmelzer 2, Schmelzer 1. Was für ein Schmelzer ist das? Oh, Gott. Warte, schliesslich. Also, wenn er besser wie 1 ist, hol ich mir den. Äh... Also, wir brauchen eh noch einen, sehe ich gerade. Ein Ofen hat keinen Arbeiter. Wo bist du denn? Schmelzer 2 hast du hier am Rad des Schmerzes, das kleine. Gut. Warte mal, da sind aber noch zwei Sklaven. Und zwar hast du noch einen Schmelzer Level 2. Ja, und gab er eins. Also, ein Schmelzer ist am Rad, oder was? Genau. Zuchtmeister. Naja, tot. Zu spät. Brauchst du noch ein paar Pfeile? Äh, nö. Ich bin gerade dabei. Gucke ich jetzt, was der andere ist. Du bist ein Typ. An dem großen Baum. Ja, ich sehe dich schon auf der Karte. Rüstungsmacher. Nö, Rüstungsmacher brauchen wir nicht. Na, dass du gleich, ähm, mitgezogen bist. Weil ich bin gerade... Ende wolltest du. Oh, die Kiste ist weg. Wow. Die Kiste ist abhandengekommen. Oder als ich das Fell rausnehmen wollte. Na gut. Was bist du? Zimmermann 3, ham. Achso, das ist, äh... Zimmermann Level 3. Schmelzer 2. Zimmermann. Also ein Schmied haben wir definitiv gesnischt.